Der junge Kanadier fängt schon als Kleinkind an Musik zu machen. Seine Mutter, die ihn mit gerade mal 18 Jahren bekommt, stellt Justins erste musikalische Gehversuche ins Internet. Seine Fangemeinde wächst mit jedem Tag. Neue Apps können im Internet funktionieren, da kann was passieren. Biber, Justin ist ein Riesenbeispiel dafür, der ist bevor er das erste Mal in der Freien in der Öffentlichkeit bekannt wurde, war er schon längst in der Internet-Community nicht da. Justin Bieber bleibt seinen Fans treu. Mit der Internet-Plattform Twitter hält er den Kontakt. Twitter hat über 100 Millionen User, die den Dienst regelmäßig nutzen. Justin ist nach Lady Gaga mit 18 Millionen Follower der gefragteste Fommi bei Twitter. Er hat seinen Weg gefunden. Ein Dienstmusiker macht es wirklich gut. Liebe fitted zu ihm,不 Mau, Mau.